Ich arbeite für die Gerechtigkeit. Ja, rein. War ich schon? Entschuldigen Sie bitte, ich würde das neue Gefangene gekommen sein. Ja. Ach, versuchen Sie bitte mit dem Morgen ins Gefängnis begleiten. Die beiden müssen noch was gehen. Aber alles, um zuzustehen. Sie wollen, dass Sie gehängt werden? Ich will, dass Sie ein gerechtes Urteil bekommen. Den möchten Sie denn hängen sehen? Wir haben alle uns...